ja hallo ich bin der vari und das hier ist meine bewerbung für 5 gegen willi und wie du siehst habe ich meinen eigenen kameramann dabei aber jetzt suche ich mir erst mal einen platz wo ich mich hinsetzen kann und dann reden wir weiter wie gesagt ich bin der vari ungefähr 50 jahre alt ich bin fest angestellt einer großen firma die weltweit ein lebensmittelprodukt liefert und ich arbeite im schichtsystem das heißt genau an dem zeitpunkt wo du zeit hast habe ich auch zeit was kann ich denn eigentlich ich kann von richtig viel bis ganz wenig und das richtig gut bis ziemlich schlecht ist natürlich quatsch ich bin natürlich auch ein kleiner spaßvogel ich kenne mich in der natur aus mit heilpflanzen mit essbarer tierische und pflanzliche notnahrung und natürlich auch mit pilze außerdem kenne ich mich auch noch mit heilkräutern aus und auf so einer kleinen wiese wie das hier hinter mir da wächst eine ganze menge hier haben wir zum beispiel bei fuß gegen menstruationsbeschwerden das ist wegerich wie gericht kann man auch diese diese knospen essen goldrote ein heilkraut gegen nieren beschwerden und nierenleiden schafgabe ein kraut das blutungen stillen kann um nur so ganz schnell ein paar zu nennen natürlich habe ich auch einiges an zur weibel und buschkraft skills es wird langsam dunkel deswegen fange ich mir an ein nachtlager zu suchen baue dann mein tab auf und dann werde ich auch mal beweisen dass ich nicht nur richtig viel reden kann sondern auch mal schweigen kann so oh jetzt gehört der tag mir sieht das nicht geil aus an dieser stelle möchte ich mich bei willi bedanken für dieses geile projekt was er da auf die beine gestellt hat die erste staffel da war alles drin wirklich eine tolle unterhaltung dankeschön dass du das ding auf die beine gestellt hast und auf die zweite staffel da bin ich richtig gespannt falls doch mal irgendwie ein missgeschick passieren sollte dann weiß ich auch wie man mit den einfachsten hilfsmitteln einen druckverband anlegt sieht natürlich total beschissen aus also erste hilfe ist für mich auch kein problem mein platz ist berühmt müll habe ich eingesammelt so was bleibt hier nicht liegen ich hoffe ich konnte einen guten eindruck bei euch hinterlassen willi ich möchte bei dir teilnehmen auch als ersatzkandidat aber bedenke ich bin eine ernsthafte konkurrenz für dich auch wenn ich nicht mehr ganz zu jung bin das war es jetzt aber von mir ich wünsche euch alles gute frieden auf der welt